Willkommen zurück in Escape from Tarkov. Ich habe mal wieder eine Runde Interchange gespielt, zusammen mit guten Murphs. Wir waren eigentlich nur auf PMC-Jagd und haben hier einen relativ schönen Spawn von IDEA bekommen. Wie der Titel schon verraten hatte, wurde es hinten raus in der Runde wieder richtig spannend. Ich will nicht zu viel verraten. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal. Läuft was? Wo? Im Büro. Im Büro schon? Ich glaube, ja. Boah, ist das scheiße zu sehen, Alter. Ja, ist jemand drin. Schon vorne links jetzt. Können wahrscheinlich gleich raus. Das Kass ist auch in der Knall. Ja, ja, ich mache mal nichts. Ich sehe ihn. Er kommt jetzt gleich im Bürogang. Ah, fuck. Ich will den so gerne holen, den anderen da hinten. Einen habe ich. Ich habe den anderen. Nice, Mann. Spieler, ne? Ja. Nice. Ich hole jetzt ziemlich schnell den Loot, Mann. Scheiß drauf. Ich habe Bock. Ich habe Angst, dass bei der Sicht mir einer... Du kannst doch, wenn du Bock hast, hier warten. Ich glaube, ich gehe nur schnell hin und... Ich gehe mal die Area und... Und loot den, dann können wir wieder nochmal hier hoch und schauen, ob man kann. Also ich gehe nur... Oh, da hinten ist jemand. Pass auf, im Bürogang. Ja. Juppert. Läuft er denn hin? Hast du hin? Ja, hat ihn. Wannsgaffspieler. Ja. Hier liegen die zwei, die wir weggeholt haben, Mann. Ich bin schon an der Leiche, gell? Rechts im Bürogang. Das war der, den ich weggeholt habe. Wir müssen ja eh einmal kommen raus und lass doch den Raum gehen und dann mittens dem Bojan-Büro nach vorne außen. Ich bin schon an der Leiche. Ich bin schon an der Leiche. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Der drüben ist halt ein EXECamper, warte ich hol ihn schnell wird kein saft mehr in der muni keine ausdauer mehr hier ist noch einer klaus bei uns richtung er mal kommt der andere ist er gestorben der andere hast du glaubt nicht hat er auf dich geschossen ja hier ist los noch einmal zurück ein kleiner was dabei zwei leute kennt man da hast du rechts noch oder den vor uns warum hat ist der nicht down gegangen der rechts also ich habe den ganz klar getroffen da läuft er oder der rechte der rechte von der wand ist in den busch gelaufen und neben dem strommast zwischen strommast und baum ist ein busch da ist er drin ich snack mit weg der linke macht mir mehr sagen wir hatten erst den vorderen habe ich skeff spieler oder warum schreibt da noch jemand auf jeden fall ist der down gegangen hier kommt ihr mal klatsch ist es geht von der straße mich hat der typ aus dem busch einmal gehettet der von hinten raus dort mein bein ist schwarz uns gab von der straße habe ich der im busch weißt du mich gecoilt habe an der an dem ich dachte den hast du ja da war ein zweiter noch der mit einer roten pudelmütze der war closer er ist mit einer pumpe her gelaufen und auf jeden fall noch einer der wichser hat mit meinem bein schwarz geschossen man jetzt haben wir mal den nade hinter ich weiß nicht ob der andere her gelaufen ist ich weiß auch noch eine nade ich weiß auch noch eine nade ich weiß ja nicht Ich hab da neid geholt. Schau, sieht ja an die kleinen Lodger, Mann. Hey, kleinen Lichse! War das Gast oder was? Ich glaub schon. Ja, der Remington. Hier legst du da, du Schmucke, ey. Ich dachte, wie war das? Ich komm dann noch schnell zu den Dixis. Hier wäre noch ein VSS drin. Ich lauf jetzt zum Astern. Wir haben da. Und jetzt haben wir die Gäste. Danke, Mann. Danke. Easy peasy. Alter, Mann. Noch mal zwei Exit-Tempel weggerammt, hä? Ja, Mann. Pustavate, hier. Just stay focused, guys. Bis zum nächsten Mal. Dann nach gleich. Ernst namens Bade. 's湯bauministerium. Anweisบ Castle